Kommen Sie, Doktor, schnell! Es geht ihr ganz schlecht! Sie hatte einen Anfall, bekam plötzlich keine Luft mehr. Jetzt ist sie bewusstlos. Wie lange ist das hier? Viertelstunde, 20 Minuten. Ich hab sie sofort angerufen. Frau Ambach hat einen Anfall bekommen? Das Herz? Ja. Irgendwann macht das nicht mehr mit, was man von ihm verlangt. Sagen Sie, ihr riecht es doch nach bitteren Mandeln. Nach bitteren Mandeln? Ja. Riechen Sie das nicht? Ich kann keinen Totenschein ausstellen, Frau Schleier. Kommen Sie. Was ist denn passiert? Ist doch ab! Herr Dr. Beck hier. Ich bitte um polizeiliche Untersuchung eines Todesfalls. Pension Ambach. An der Seestraße. Die Inhaberin, Frau Ambach. Ich was? Ja, ich hab einen Verdacht. Gift. Ich hab mich etwas zu treten bekommen, Frau Armee. Es hat schon keinen Kaffee gegeben, ich habe Durst. Gehen Sie doch in die Küche und holen Sie sich was aus dem Kühlschrank. Darf ich Sie daran erinnern, dass es hier nicht erlaubt ist, selbst aus dem Kühlschrank etwas zu entnehmen? Ach, hören Sie doch auf. Frau Ambach ist tot, wir haben die Polizei im Haus und Sie vermissen Ihren Kaffee. Meine Ordnung vermisse ich, auf die es ankommt. Gerade in solchen Situationen. Guten Tag. Sie sind der Hausarzt von Frau Ambach? Ja, seit zwölf Jahren. Sie vermuten also Blausäure? Ja, vorbehaltlich natürlich an der genauen Laboruntersuchung dieser Tasse. Vorbehaltlich an der gerichtsmedizinischen Untersuchung der Turben. Aber der Verdacht liegt nahe, dass Frau Ambach einem Blausäure-Attentat zum Opfer gefallen ist. Ich überlasse Ihnen den Schauplatz. Wiedersehen. Wiedersehen, Doktor. Wiedersehen. Hol mal ein paar Zellophan-Typen aus dem Wagen, das muss ins Labor. Kommen Sie bitte, Frau Schwöhr. Sie sind also die Wirkschafter? Die Hausdame und Freundin von Frau Ambach, seit ungefähr 20 Jahren. Ich kann jetzt nicht glauben, dass jemand Sie umgebracht hat. Es wird doch behauptet, dass man Sie ermordet hat mit Blausäure in dieser Tasse. Nach dem ersten Augenschein. Ja, sieht so aus. Das ist ganz unmöglich. Das kann nicht sein. Ich selbst habe Frau Ambach den Tee gebracht. Ach, Sie waren das? Erzählen Sie mal, von Anfang an. Frau Ambach schläft mittags immer. Und wenn sie aufwacht, dann klingelt sie. Hat sie die Klingel am Bett? Ja. Wenn sie zweimal klingelt, dann ist es für mich. Ich war gerade in der Küche und sagte zu Anni, bitte mach den Tee. Wer ist Anni? Sie ist gelangte Krankenschwester. Sie betreut unsere Gäste, insbesondere Frau Ambach. Frau Ambach nimmt immer ihren Tee, wenn sie aufwacht. Was für ein Tee? Kamillentee. Ich ging hinauf mit der Bestellliste. Es dauerte ungefähr fünf Minuten. Als ich zurückkam, begegnete mir Anni auf der Treppe. Mit dem Tablett. Ich nahm also das Tablett und brachte es hinein und stellte es auf den Nachttisch. Und dann sind Sie wieder gegangen? Ja. Um mit Anni den Einkauf zu besprechen. Plötzlich klingelt es wieder. Heftig. Mehrmals hintereinander. Stürmisch. Ich bin sofort hinaufgerannt. Da sah ich Ihren Zustand. Und habe sofort den Arzt gerufen. Die Männer mit der Bergungsmanne sind da. Bisschen Euren, bleib hier, dass keiner was anfasst. Kommen Sie bitte. Wollen Sie mir bitte die Herrschaften vorstellen? Ja, natürlich. Das hier ist Herr Sobak. Danke, ich kann dich selber vorstellen. Gestatten. Herr Sobak, Oskar, die Justizangestellter. Im Ruhestand natürlich, was Sie mir wahrscheinlich ansehen. Ich bin 70. Sie sind Gast hier? Ja, ist man Gast, wenn man bezahlt? Ich habe mir für den Winter hier ein Zimmer genommen. Ist teuer genug. Meine Wohnung habe ich in München, aber leider keine Ruhe dort. Lärm und Autos, Tag und Nacht. Ich arbeite nämlich wissenschaftlich. Ich schreibe sozusagen an einem Buch und habe mich deshalb hierher zurückgezogen. Ich habe mir übrigens ein Bier aus dem Kühlschrank genommen. Ja, schon gut. Frau Anni hat mir die Erlaubnis dazu gegeben, nicht, dass mir hier etwas nachgesagt wird. Daran denkt doch niemand. Waren Sie heute Nachmittag hier im Haus? Den ganzen Tag, ja. Ich sehe, Herr Derrick, Sie sind um Zeugen bemüht. Ja, Sie werden mir einen sehr guten Zeugen haben. Ich sagte Ihnen ja, dass ich Justizangestellter gewesen bin, jahrelang. Sagen Sie mal, Herr Derrick, ich habe da sowas von Gift gehört. Ist Frau Ambach ermordet worden? Das wird sich herausstellen. Na hören Sie mal, habt ihr Augen im Kopf, Ohren habe ich auch. Ist Gerenne von Ärzten, Polizei mit Tatüt, Tatar. Halten Sie mich ja nicht für einen Dummkopf. Das tut niemand, Herr Subak. Sie machen einen sehr großen Fehler, wenn Sie mich für einen Dummkopf halten. Hören Sie doch bitte jetzt zu. Das sind Herr und Frau Kamenow. Sie wohnen seit etwa einem Jahr hier. Bast anderthalb. Sie bewohnen ein Zimmer im ersten Stock. Herr Kamenow ist Maler. Kunstmaler. Er hat das Atelier im Dachgeschoss dazu gemietet. Sie waren ebenfalls im Haus die letzten beiden Stunden? Ja, wir wohnen im Haus. Wohnen noch mehr Leute im Haus? Ich habe meins in meinem ersten Stock. Anni hat ihr Zimmer gleich neben der Küche. Sonst ist das Haus leer. Dies ist ein Ferienheim. Wir haben Dezember. Das ist Frau Lein Feindl. Anni Feindl. Guten Tag. Ihre Tätigkeit hier im Hause habe ich Ihnen schon erklärt. Anni, Frau Ambach ist wahrscheinlich an einem Gift gestorben, das sich im Tee befand. Aber das ist doch nicht möglich. Gift. Jan. Hören Sie, Frau Lein Anni, es geht nur darum zu klären, was mit dem Tee passiert ist. Sie haben ihn gemacht. Ja. Sie waren doch dabei. Ich war nicht dabei, Anni. Wir waren beide hier im Raum, als Frau Ambach zweimal klingelte. Das heißt, ich bin aufgewacht, ich möchte meinen Tee. Ich sagte, Anni, machen Sie den Tee und bin hinaufgegangen mit der Einkaufsliste. Und dann haben Sie den Tee gemacht. Ich habe Wasser aufgesetzt hier in diesem Kessel. War der Kessel leer? Ja, ich habe Wasser einlaufen lassen. Ich habe den Kessel auf den Herd gesetzt, die Tasse geholt und den Tee. War jemand in der Küche, während Sie den Tee gemacht haben? Nein. War die Tür offen? Die steht meistens offen. War jemand draußen? Ich habe niemanden gesehen. Dann habe ich ihn stehen lassen und bin hinausgegangen. Auf den Wäscheplatz, ich habe Handtücher aufgehängt. Wie lange brauchten Sie dazu? Drei Minuten. Sie sind dann wieder in die Küche zurückgegangen? Ja. War jetzt jemand in der Küche? Nein, niemand. Und der Tee stand immer noch an derselben Stelle? Ja. War jemand im Raum? Herr Soback? Nein. Ich war auf meinem Zimmer. Ich verbringe den frühen Nachmittag immer auf meinem Zimmer. Wie viel Zeitvergegnung bist du diesem heftigen Klingel, von dem Sie gesprochen haben? Vielleicht fünf Minuten. Ist Ihnen jemand begegnet, als Sie runtergingen? Nein. Wer wohnt hier oben? Herr Soback und die Kamenoffs. Herr Kamenoff hat sein Atelier dort oben. Lassen Sie mich einmal überlegen, was die Polizei vielleicht auch überlegen soll. Aber bitte, Frau Andi, kommen Sie doch her. Setzen Sie sich. Die Tasse stand ungefähr drei Minuten allein in der Küche. Niemand von uns wird die gute Andi verdächtigen. Voll ein Andi und Gift. Das passt nun wirklich nicht zusammen. Also keine Angst, meine Gute. Sogar ich würde als Entlastungszeuge auftreten. Ich würde sie schildern als völlig, völlig unbedarft. Das ist bloß jemand, der für ein Verbrechen überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, für Chicanen, ja. Die beherrschen Sie. Darin sind Sie sogar so etwas wie ein Meister, aber vermord. Haben Sie doch kein Format. Außerdem kein Motiv. Dennoch würde ich sagen, in der Küche ist es geschehen. Denn dort hat der Mörder das Gift in die Tasse getan. Ja, die Frage ist nur, wer war in der Nähe? Paul, Eduard, das ist aber wirklich... Das muss ich auch sagen. Ja, keine Sorgen. Sie kommen nun wirklich nicht in Frage. Kann ich Sie mal sprechen? Aber sicher, da war ich schon lange drauf. Können wir auf Ihr Zimmer gehen? Bitte. Ich habe doch gedacht, zum Tum auf 3er 10 bis 3er 13er ist Tatzeit. Tatzeit ist... Ja, das wäre für mich der Zeitpunkt, an dem der Täter dem Tee die Blausäure. hinzugefügt hat. In der Küche selbstverständlich. Ja, 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 ja. Ich habe alle Ihre Recherchen verfolgt und meine Schlüssel gezogen. Als ein in diesen Dingen erfahrener Mann. Sie arbeiten hier, sagten Sie? Ja. Wie Sie ihn. Ich sagte Ihnen ja bereits, dass ich Justizangestellter war. Ich habe 20 Jahre in Gerichtssälen verbrachte. Ich kenne mich in Prozessen aus, besonders in Mordfällen. Es ist kein großer Mordfall, an dem ich nicht teilgenommen hätte. Ich habe die Angeklagten vorgeführt. Ich habe die Zeugen aufgerufen. Ich habe Kontakte zu den Rechtsanwälten gehabt. Die ganze Szene ist mir bekannt. Sie sagten, Sie schreiben ein Buch. Ja, über meine Fälle, ja. Sie sehen, ich habe mich versorgt mit allen Unterlagen. Ich habe alle Zeitungsberichte ausgeschnitten. Meine persönlichen Notizen, die ich den Jahren noch angelegt habe. Es handelt sich nur um Mordfälle. Herr Suback, Sie sind ein erfahrener Mann, wie Sie sagten. Ich kann doch sicher auf Ihre Hilfe rechnen. Aber uneingeschränkt. Ja, das ist fein. Geben Sie uns bitte einmal eine Schilderung von Frau Ambach. Sie sind auf der Suche nach dem Motiv. Ja. Ja, also Frau Ambach ist eine reizende Frau. Eine Dame mit einer gewissen Attitüde. Sie verstehen mich? Ja, ja. Haltung, in der sich sogar eine gewisse Arroganz ausdrückte. Wissen Sie, der ganze Besitz hier ist eine Menge wert. Es gehören Wiesen dazu, ein Wald, ein Grundstück am See. Ja, und so etwas gibt der Stimme einen anderen Klang. Den hatte sie nicht. Den wandte sie auch an bei Leuten, die sie nicht mochte. Streit mit irgendjemandem? Vielleicht mit Ihrer Enkelin? Und das Verhältnis zu ihr ist nicht besonders? Nein. Feuer und Wasser, wissen Sie? Auf der einen Seite eine Dame und auf der anderen Seite eine... Was sind denn das für Mädchen heutzutage? Unschuldig ist da keine. Das wohl ganz bestimmt nicht. Wie war das Verhältnis zwischen Frau Ambach und Frau Schlöer? Ich habe mal Leuten hören, dass Frau Ambach Frau Schlöer im Testament bedacht hatte. Sie hat ja auch immer getan, was die alte Dame wollte. Und sie wusste auch wohl, warum. Ja, da läge ein Motiv, hm? Die soll nämlich den ganzen Kram hier bekommen, zusammen mit der Enkelin. Was sagen Sie denn dazu? Jetzt zu den Kamelovs. Oh, Kamelov. Ich kenne mich mit Mördern aus und das mindestens ebenso gut wie Sie. Kamelov ist nicht der Typ dafür. Kamelov ist immer nur ein Opfer. Nie ein Täter, weil es nicht in ihm liegt. Ja, dabei hätte er ein Motiv. Frau Ambach hatte ihm nämlich gekündigt. Er soll noch vor Weihnachten hier raus. Weihnachten ist das Haus hier nämlich immer sehr voll. Und er hat seit Monaten seine Miete nicht mehr bezahlt. Ich mache bei Menschen eine Einteilung, eine sehr grobe Einteilung natürlich, aber aufschlussreich. Ich teile die Menschen ein in Täter die einen, in Opfer die anderen. In geborene Täter die einen, in geborene Opfer die anderen. Vielleicht denken Sie mal darüber nach. Wo waren Sie in der Zeit zwischen 3.10 Uhr und 3.13 Uhr? Was, ich? Ich war auf meinem Zimmer, ich lag auf dem Bett. Besten Dank, Herr Sobek. Moment mal, reicht Ihnen das schon? Ja, danke. Ihre Einteilung Täter-Opfer, wie sehen Sie sich denn? Ich? Als Opfer jedenfalls nicht. Das ganz bestimmt nicht. Befallen mir sehr gut, Ihre Bilder. Das freut mich. Ich male Seestücke. Ich habe mich spezialisiert auf Ansichten vom See. Deswegen wohnen wir ja hier. Ich habe eine besondere Beziehung zu Wasser. Zu Himmel natürlich auch. Und wenn Sie das Glück haben sollten, irgendwo ein Bild von mir zu sehen, dann ist das ein Seestück. Können Sie davon leben? Nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Sehen Sie, Seestücke sind nicht immer gefragt. Manchmal sind sie in Mode, da kann ich nicht genug herbringen. Und manchmal, da will man sie einfach nicht. Frau Ambach hat Ihnen gekündigt. Vor Weihnachten. Stellen Sie sich das mal vor. Kann man einen Menschen vor Weihnachten auf die Straße setzen? Wir haben ihr gesagt, wir haben keine Bleibe. Wir wissen nicht, wohin. Wir haben ihr ganz offen unsere Lage geschildert. Ich habe ihr gesagt, sehen Sie doch die Bilder da. Aber sie hat gesagt, was ist keine Sicherheit für Sie? Sie konnten Frau Ambach auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Nein. Wo waren Sie? Ungefähr zehn Minuten nach drei. Hier. Ich habe gemalt. Hier, die Farben sind noch frisch. Und wo waren Sie, wenn ich fragen darf? Ich... Kommen Sie, kommen Sie. Ich zeige Ihnen, wo Sie waren. Da. Sehen Sie? Da unten. Den Steg mit der Badehütte. Da war sie. Da sitzt sie gerne. Und füttert die Schwäne, die Enten und die Vögel. Haben Sie sich überzeugt? Ja. Kann ich mich hier ein bisschen umsehen? Aber natürlich. Bitte. Nur zu. Sie haben zwei Zimmer, nicht wahr? Ja, das Schlafzimmer ist in der unteren Etage. Haben sich Ihre Probleme nach dem Tod von Frau Ambach gelöst? Wie meinen Sie das? Werden Sie ausziehen? Ich denke, nein. Da hat sich schon etwas geändert. Nein, wir bleiben hier. Wer bestimmt denn jetzt darüber? Was weiß ich. Spielt doch gar keine Rolle. Wir werden nicht ausziehen. Wann kamen Sie von Ihrem Spaziergang zurück? Sie kann ich Ihnen nicht sagen. Auch nicht ungefähr? Auch nicht ungefähr. Waren Sie im Haus, als Dr. Beck gerufen wurde? Ja, da war sie schon da. Kamen Sie durch den Haupteingang ins Haus zurück? Wir nehmen immer den Haupteingang. Ich habe zwar Ihre Frau gefragt, aber trotzdem danke. Sie sind keine Tätertypen. Nein, obwohl ein schwaches Motiv zu sehen ist. Wer das Ihnen gekündigt wurde, reicht das für einen Morgen? Ja, das reicht schon für einen Morgen. Vielen Dank. Frau Schlöer. Was wollen Sie? Ist es nicht erlaubt, auch mal die Nerven zu verlieren? In so einer Situation? Bitte gehen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, ich bin schon wieder in Ordnung. Haben Sie Ihre Vernehmungen beendet? Hat Sie irgendwas herausgestellt? Ja, eigentlich nichts Wesentliches. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Herr Suback. Sie haben heute kein Café bekommen. Das wird natürlich sofort nachgeholt. Die traurigen Ereignisse sollen keinen Einfluss haben auf den Tagesablauf. Das wäre auch nicht im Sinne von Frau Armach. Bitte holen Sie die Kamenoffs. Anni! Bitte machen Sie den Café. Ich richte dir mal das Geschirr. Sie ist, was stehen Sie noch da? Gehen Sie in die Küche, haben Sie verstanden? Frau Schlöer. Wir sollten jetzt die Enkelin verständigen. Wie kann man sie erreichen? Sie hat Telefon. Soll ich Sie anrufen? Es ist besser, Sie erfährt es von mir als von der Polizei. Ja, ja, gut, wie Sie wollen. Sie kommt schon wieder zu sich. Anni, was machen Sie für Geschichten? Entschuldigen Sie bitte. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Die Kanne, ich habe sie fallen lassen. Das ist doch nicht wichtig. Sie soll sich ein bisschen entlegen. Kommen Sie. Dankeschön. Gehen Sie auf Ihr Zimmer, ich wasche den Café. Legen Sie sich was hinten. Ja, danke. Es wird ja ausgerichtet, Jonathan. Anni, geht es nicht gut? Aber Sie bekommen trotzdem Ihren Café. Okay, bitte nehmen Sie doch Platz. Wo? Wo Sie wollen. Dann möchte ich am Kamin sitzen. Natürlich. Komm, Elvira. Wir nehmen doch Platz. Mir ist es egal. Ich sitze. Hauptsache, ich kriege endlich meinen Café. Hoffentlich kriegt er bald. Ja, also ich fahre jetzt los. Warte auf die Enkelin und höre die ein bisschen um. Könnte sich lohnen. Pangen Sie an Armbach? Frau Schüller. Frau Dein Armbach? Ihr Sohn. Hat er gesagt, was er will? Ist meine Mutter zu sprechen, hat er gesagt. Martin, ich muss dir etwas mitteilen. Frau Armbach ist tot. Und wie es aussieht, ist sie vergiftet worden. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin nicht in der Lage, dir zu erzählen, wie es passiert ist. Du musst nicht herkommen, Martin. Ich brauche keine Hilfe. Es geht mir gut. Ja, ich gehe jetzt, Frau Schüller. Herr Klein wird auf Fräulein Armbach warten. Übrigens, das Zimmer oben, das ist versiegelt. Das darf nicht betreten werden. Ja, schon gut. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie die Störung? Das war keine Ursache. Endlich passiert doch mal was. Hallo. Hallo, einen Moment, bitte. Ich muss Ihnen etwas sagen, was mir aufgefallen ist. Die Art und Weise, wie der Herr Sobak sich benimmt. Herausfordernd. Danke, Herr Kamenow. Nehmen Sie den Hinweis ernst. Der Herr Sobak hat sein Benehmen völlig geändert. Ich sag dir ja, danke, Herr Kamenow. Bitte, bitte. Sieht so aus, als würdest du einen interessanten Abend haben. Meinst du? Ciao. Servus. Vielen Dank, Frau Schüller. Ach, schicken Sie mir doch auch noch einen Schluck ein, Frau Schüller. Ich glaube, den können wir alle notwendig gebrauchen. Uns allen ist der Schreck in die Glieder gefahren. Nicht wahr, Ami? Aber nicht alle haben Grund, gleich in Ohnmacht zu fallen. Sie nicht, Herr Kamenow. Sie und Ihre Frau. Sie gehören zu denjenigen, denen der Tod von Frau Ambach etwas nützt. Glauben Sie, ich hätte nicht gehört, wie Sie gesagt haben, jetzt bleiben wir. Jetzt kann uns niemand mehr hinauswerfen. Hören Sie auf, ich verbitte Ihnen so zu reden. Sie bleiben doch, nicht wahr? Ganz recht, wir bleiben. Also, Ihr Problem hat sich doch gelöst. Frau Schüller. Paul Eduard, bitte. Lass mich, ich werde doch noch sagen dürfen, dass sich unser Problem gelöst hat. Wir behalten die Zimmer. Nicht wahr, Frau Schüller? Ja, Sie behalten sie. Und nicht nur über Weihnachten, nicht nur für ein paar Wochen. Wir können hier wohnen, solange wir wollen. Ist das richtig, Frau Schüller? Ja, das ist richtig. Ich lege Wert darauf, dass das von allen zur Kenntnis genommen wird. Besonders von Ihnen, Herr, Herr Soback. Und wenn ich trinke, dann trinke ich auf mein Wohl. Das könnten Sie auch nötig haben. Martin, warum kommst du her? Ich hab dir doch gesagt. Du hast mir erzählt, was passiert ist. Da hab ich Anita angerufen und bin gleich hergefahren. Ich kann's doch gar nicht glauben. Oma ist tot, ermordet worden. Wie ist denn das passiert? Anita ist es, die Enkelin. Und Martin schlürt. Dann ist es besser, wir ziehen uns zurück. Wahrscheinlich haben Sie allen Grund dazu. Das ist Herr Klein. Ein Kriminalbeamter. Er hat auf Anita gewartet. Das ist mein Sohn Martin. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich mal mit Ihnen beiden sprechen? Vielleicht zuerst mit Ihnen? Mir ist aber schrecklich kalt. Willkommen Sie, wir setzen uns vor den Kamin. Sie wundern sich vielleicht, warum ich nicht die Tränen ausbreche. Aber der Typ bin ich nicht. Konnte ich noch nie, noch nicht mal als Kind. Außerdem mochte ich die alte Dame nicht. Und sie mich nicht. Das beruhte also auf Gegenseitigkeit. Wir konnten nichts miteinander anfangen. Für mich war sie jemand, der wie auf einem anderen Stern lebt. Was machen Sie eigentlich? Ich meine beruflich. Das hat sie mich auch immer gefragt. Was tust du? Irgendwas muss man doch tun. Ich tue nichts. Ja, und wovon leben Sie? Auch so eine dämliche Frage. Ja, manchmal muss man dämlich fragen. Hat Ihre Großmutter Sie unterstützt? Ein paar Mark im Monat nicht der Rede wert. Gerade so viel, dass ich mein Zimmer in München bezahlen konnte. Also Ihre Beziehung zu Ihrer Großmutter war nicht besonders? Aber ich sage Ihnen doch, sie mochte mich nicht und ich mochte sie nicht. Sie war arrogant und böse. Dasselbe sagte sie übrigens von mir. Wissen Sie, wer das alles hier mehr erbt? Ja, das weiß ich. Weil meine Großmutter es mir gesagt hat. Sie sagte, mein Kind, in deine Hände kann ich das nicht geben. Du würdest alles verkaufen und das Geld verschleudern. Genau das würde ich tun. Frau Schlör bekommt die Hälfte und führt das Haus. Das nicht verkauft werden darf, weiter. Ich bin als Miteigentümerin eingetragen und habe nichts davon. Tja, das war der Moment, wo ich sagte, Omi, du bist böse. Worauf sie grinste und sagte, ich weiß, mein Kind. Ich werde Frau Schlör überreden, den ganzen Schuppen und alles, was dazugehört, zu verkaufen. Von jeweils der Hälfte können wir beide gut leben. Sehr gut kenne ich die Verhältnisse in diesem Hause nicht. Ich bin zwar manchmal hier, aber zu den Gästen habe ich keine Beziehung. Ich habe nur meine Mutter besucht. Aber Sie kennen Anita? Natürlich, schon sehr lange. Wir haben als Kinder zusammen gespielt. Sie verstand sich nicht mit Ihrer Großmutter? Nicht besonders. Aber mit der alten Dame konnte man sich auch nicht verstehen, wie Sie das nennen. Sie war... Arrogant und böse. Ja, so ungefähr wollte ich das ausdrücken. Dachte Ihre Mutter auch so? Wissen Sie, meine Mutter hat 20 Jahre lang dieser Frau jeden Wunsch erfüllt. Getan, was sie wollte. Sie war zwar die Wirtschaftlerin, die Hausdame, aber genau genommen eine Sklavin. Entschuldigen Sie, haben Sie eine bestimmte Absicht mit dieser Frage? Im Verhalten Ihrer Mutter nach dem Mord gibt es einige Merkwürdigkeiten. Was nennen Sie einige Merkwürdigkeiten? Jetzt sage ich aber kein Wort weiter. Derek? Ah, Harry? Du, ich habe vorhin mit der Enkelin gesprochen. Das ist vielleicht eine Selbstbewusste. Ganz direkt, keine Ausflüchte, gar nichts. Sie hat ihre Großmutter zwar nicht gemocht, aber gibt es auch ganz offen zu. Hat sie ein Alibi? Also keins. Übrigens werde ich heute Nacht hierbleiben. Frau Schlöer hat mir ein Zimmer gegeben. Ist gut, Harry. Wie stirbt man an Blausäure? Das Gewebe erstickt. Und in der Folge tritt Atemnot auf, man kriegt keine Luft mehr, es gibt fürchterliche Krämpfe, bis das Atemzentrum gelähmt ist. Aus Exitus. Anni hat den Tee gemacht, nicht wahr? Ja. Sie hat den Tee in der Küche auf dem Tisch stehen lassen. Der sollte noch ein paar Minuten ziehen. Und Sie nehmen an, der Mörder hat diese Zeit benutzt. Ja, muss er wohl. Wissen Sie, Anni benimmt sich sonderbar, aber nicht nur Sie auch, Frau Schlöer. Erst dachte ich, es ist der Mord an und für sich, der Sie erschüttert hat. Aber das ist es nicht. Sie haben beide schreckliche Angst. Ich weiß nicht warum und auch nicht wovor. Ich merke es nur, dass Sie sich irgendwie nicht normal verhalten. Und als Sie mich sah, da hatte sie so etwas wie Panik in den Augen. Ich werde Sie fragen, warum Sie sich so benimmt. Und zwar jetzt gleich. Kommen Sie mit. Also gut. Sie meinen. Ja, was suchen Sie denn, Herr Kamenhoff? Nichts. Nichts. Ich wollte... Ich hatte Durst. Ich suchte etwas zu trinken. Ja, warum machen Sie dann kein Licht? Ich wollte niemanden stören. Sie war nicht in der Küche. Sie waren im Zimmer von Anni. Ja, ja, aber sie ist nicht in Ihrem Zimmer. Was wollten Sie von ihr? Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass die Küche abends abgeschlossen wird. Jedenfalls war das der Brauch. Bisher. Warten Sie. Sie ist wirklich nicht in Ihrem Zimmer. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Oder wollen Sie mich als Lügner hinstellen? Kommen Sie. Was wollen Sie? Was passiert hier? Was habt ihr denn so Wichtiges zu besprechen jetzt in der Nacht? Na, was denn wohl? Habst du, dass die beiden schlafen können? Die haben kein Auge zutun heute Nacht. Das ist ja auch nicht schwer zu verstehen. Martin hat recht. Wir werden es aber jetzt versuchen. Anni schläft bei mir auf dem Sofa. Ich wollte hier gerade ein Bett zu euch machen. Bitte fahr jetzt nach Hause. Mach dir keine Sorgen um uns. Es ist nicht nötig. Du musst das verstehen. Sie sind verstört. Beide schließlich. Liegt der Verdacht auch auf Ihnen. Ich habe nur versucht, Sie zu beruhigen. Anni und deine Mutter. Sie haben doch was besprochen. Sie haben nichts besprochen. Gar nichts. Du darfst nichts sagen. Stimmt's? Mach dir keine unnötigen Danken. Gute Nacht. Hallo? Ja, ich bin's nochmal, Harry. Sag mal, die Frau Kamenhoff, das ist doch die Einzige, die nicht im Haus war, die um die Teezeit herum vom Bootshaus her das Haus betreten hat. Nicht wahr? Ja, und was schließt du daraus? Es könnte doch sein, dass Frau Kamenhoff den Täter gesehen hat. Oder dass sie eine Beobachtung gemacht hat, die es ihr ermöglicht, auf den Täter zu schließen. Also kurz, die Kamenhoffs, die müssten doch etwas wissen. Vielleicht haben Sie jemanden in der Hand. So sehr in der Hand, dass sie sich um den weiteren Verbleib in der Pension keine Sorgen mehr zu machen brauchen. Was hältst du denn davon? Ja, du hast recht. Ich werde nochmal mit Ihnen reden. Wer war's? Mein Kollege, gehen Sie schlafen jetzt. Ich muss rauf zu den Kamenhoffs. Aber erst schenken Sie mir noch eine Zigarette, ja? Hier, bedienen Sie sich. Sie haben alles gesagt, was Sie wissen? Natürlich. Und nichts verschwiegen? Überhaupt nichts. Wie kommen Sie darauf? Und Sie? Sie auch nicht. Wir haben gesagt, was wir wissen und nichts hinzuzufügen. Bitte gehen Sie und lassen Sie uns unseren Frieden. Wir sagen nichts. Wir haben nichts zu sagen. Na? Wir haben wohl alle eine sehr gute Nacht gehabt, wie? Ich habe Sie beide hin und her gehen gehört. Na und, ist das verboten? Bei Gewispern und Geflüster im ganzen Hause Schritte auf den Treppen, Türen sind gegangen. Haben Sie das alles mitbekommen, ja? Ja, ich habe das gehört. Ja, ich habe das gehört. Ich bin ja selber hin und her gegangen. Aber Erkenntnis haben Sie daraus nicht gezogen, wie? Ich habe jedenfalls meine Tür abgeschlossen, zum ersten Mal übrigens. Ach, Frau Arnie, schenken Sie mir noch einen Schluck Kaffee ein. Das ist heute nämlich besonders gut. Obwohl ich zugebe, dass ich ihn untersucht habe. Auf Geruch und Geschmack. Lieber Himmel, was ist denn los? Das kann doch in diesem Hause niemanden verwundern. Kann man denn diesem Mann nicht den Mund verbieten? Grüß dich. Grüß dich. Ich glaube, dass du mit deiner Theorie recht hast. Na, dann schick sie mal raus. Okay. Bleibst du im Haus? Ja. Was will der denn von meiner Frau? Der kann sie doch nicht alleine vernehmen. Warum tut der das? Er wird schon seine Gründe haben. Bitte? Also hier haben Sie die Enten gefüttert, nicht klar? Ja, hier. Sie waren allein hier? Ja. Sie brauchen nicht nervös zu sein, Frau Kamenow. Ich will nur von Ihnen wissen, was gestern geschehen ist. Haben Sie Angst davor, die Wahrheit zu sagen? Gut, also gegen drei Uhr oder kurz danach. Entschlossen Sie sich, ins Haus zurückzugehen? Ja. Kommen Sie, gehen wir. Es ist doch unfair, auf meine Frau einzureden. Das tut er doch, oder? Oder was macht er? Warum mischen Sie sich nicht ein? Sagen Sie etwas. Tun Sie etwas. Gut, dann werde ich etwas tun. Sie werden gar nichts tun. Sie bleiben hier. Setzen Sie sich. Das ist doch merkwürdig, Frau Kamenow. Je näher wir dem Haus kommen, umso bedrückter werden Sie. Was haben Sie gesehen? Sagen Sie es. Ich hatte die Papiertüte noch in der Hand, in der das Futter war. Ich wollte zu den Mülltonnen gehen und sie hineinwerfen. Und da sah ich in die Küche hinein. Und ich sah Anni und, dass ich Besuch hatte, der Sohn von Frau Schlör war bei ihr. Und ich sah, wie sie den Tee aufgoss und wie sie sich küssten und wie Anni hinten rausging und wie Martin. Ich hatte den Tee aufgoss. Ich hatte den Tee, der Sohn von Frau Schlöer. Sie wissen das, dass Ihr Sohn gestern Nachmittag gehre? Bei Anni Feindl. Bei Anni? Wo ist sie? Weg. Sie hat das Rad genommen. ich wusste nicht dass er da war ich wusste es wirklich nicht er muss das gift in den tee getan haben als an die auf dem wäscheplatz war auch an die wusste nicht was er getan hat erst als frau ambach tot war sagte mir an die das martin da gewesen ist das junge das getan er konnte es nicht erwarten geld in die finger zu kriegen geld 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 immer noch geld anny und sie vereinbarten also zu schweigen ist doch mein sohn begreifen sie das nicht und anny sie liebt ihn was ist mit den kamenhofs sie haben doch gemerkt dass verschwiegen wurde dass martin hier war obwohl frau kamenhoff ihn gesehen hat kamenhoff sagte zu mir frau schlöhr von mir erfährt niemand etwas dafür werden sie sicher wohl revanchieren sie wissen ja was er wollte und mit so etwas legt man unter einem dach das können sie ja ändern wenn sie auf meine mitarbeit verzichten wollen frau schlöhr ich kündige wo kann anny hingefahren sein vielleicht zu ihrem bruder er hat einen bauernhof hier in der nähe das ist martins auto und annis fahrrad herr feinde wo ist ihre schwester verschwinden sie sie werden keinen zweiten mord begehen sie werden nicht schießen bleiben sie stehen zum letzten mal verschwinden sie soll ich ihre mutter rufen sie ist unten warum haben sie das getan warum haben sie erschossen hat sich selbst erschossen frau schlöhr ich habe es nicht verhindern können